Das tapfere Schneiderlein. Im Wald läuft noch ein böses Einhorn herum. Das sollst du fangen, wenn du meinen Sohn haben willst. Nun, das Schneiderlein war zufrieden damit. Gut. Gesagt, getan. Lasst mich nur noch einen Strick mitnehmen. Sie ging zum Wald und hieß die Leute draußen warten. Ich will das Einhorn alleine fangen. Im Wald ging sie auf und ab und suchte das Einhorn. Fang mich doch, du Eierloch. In dem kam es daher gesprungen, gerade auf das Schneiderlein zu und wollte es aufspießen. Sachte, sachte. Sie blieb stehen, wartete bis das Tier nahe war und sprang dann hinter dem nebenstehenden Baum. Das Einhorn, das im vollen Laufe sich nicht wenden konnte, rannte gegen den Baum. Sein Horn steckte so fest, dass es dasselbe mit aller Kraft nicht wieder herausziehen konnte. Hilfe, ich bin gefangen. Nun kam das Schneiderlein hinter dem Baum hervor. Sie tat ihm das Stricklein um den Hals. Danach führte sie das Tier hinaus zu den Leuten und vor den König. Nun müsst ihr mir den Königssohn und das halbe Königreich geben. Der König erschrak, sann aber eine neue List aus und sprach. Ehe die Hochzeit gehalten werden kann, musst du mir erst ein Weltschwein, das im Wald herumläuft, fangen. Abonniere, wenn du Einheimer liebst.